Ah, ich habe noch die... Ah, ich bin dran. So, ähm, ja, Scribble.io mit dem 4.5. Squad und... Ah, ich muss jetzt hier... Dann mal hier als erstes, ähm... Wer ist heute mit dabei, einfach mal hier sagen, ähm... Zwerch ist mit dabei, Kojok ist mit dabei, Nilayn Akal ist mit dabei, Mordef... Light. Kojok ist heute Gast. Jo, ähm... Ich muss zeichnen. Ich wollte es gerade sagen, was ich zeichnen muss. Ich wollte es gerade aussprechen. Ach, falsche Farbe. Naja. Es gibt auch noch meine Zuschauer, die gerade eingeschaltet haben. Und ich wünsche euch auch noch viel Spaß bei dem Video. Ja. Scribble.io mit 5 Leuten. Ne, 4 sind es, oder? Ich kann nicht zeichnen. Ja, ähm... Oh, wow. Was? Wow, Alter. Wow. Ja, ist ein... Oh, Moment. Wow. Mann, wow. Ja. Ach, du Scheiße. Ich fände ja schon cool an. Ja, richtig geil. Jo. Facecam habe ich gerade nicht mit dabei. Das ist ein bisschen blöd. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin schon fertig. Was? Du bist fertig? Ja, ich bin schon fertig. Nein! Oh, nee. Das ist vollkommen falsch. Äh, öh, äh, äh. Hä? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich auch. Komm, ich gebe euch noch einen kleinen Typ. Ah. Ah. Äh, ach so. Na klar. Ne. Das soll ich auch schreiben. Nein. Äh, was ist dieses... PayPal. 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 Das kenne ich gar nicht. Das habe ich nicht. Habe ich noch nie benutzt. Das kenne ich nicht. Mit welchem Mut lebst du denn? Kenne ich nicht. Ist nicht vorne. Nee, nein. Halt. Wuhu. Hm. Ach, hätte er klappen können. Ach, die Web... Die... Die Webcam kann gar nicht laufen. Die ist gar nicht eingesteckt. Na, naja. Gut, heute ohne Webcam. Das ist jetzt. Ich wundere mich die ganze Zeit. Ui. Sehr schön. Ja. Hä? Äh, Mordi, siehst du es noch nicht? Wenn ich muss... Wenn ich muss so schön... Ist ein Tier. Oh, natürlich. Ich weiß, kannst du es halt irgendwie bei Schlange oder sowas? Ja, aber bei drei Wunschlagen. Ja, ist ja... Ist eine Schlange. Wer malt jetzt Mordi mal? Okay. Das kann doch sicherlich ein Baum sein. Ach, deutlich. Ähm. Pfff. Nice. Äh. Ja. Ach, ein Boot. Ist ja einfach. Zwei Striche. Neuer Rekord. Runde zwei. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Was steht da? Mhm. Ich nehm das hier. Ist lustig. Okay. Ähm. Ach, klar. Geht da nicht. Ähm, ja. Das ist es eigentlich schon. Tatsächlich nur was Gutes dazu. Wow. Wow. Nein. Einfach nein. Oh nein. Ich wollte noch ein Gesicht dazu malen. Lustig. Was ist... Was ist... Am Punkt ist so lustig. Ja. Das Malen ist lustig. Ich hab einen Pinsel angezeigt, aber ich kann nicht malen. Wow. Passt. Aber wenn ich schon gut zeichnen könnte, ey. Das wär schön. Kommt der Kero mit denn noch dazu? Oder... Der hat sich vorhin in Discord gemeldet. Kommt der noch mit da dran, oder? Er müsste jetzt gleich... Nach John... Gott. Hm. Ähm. Sag ich doch dann ins Tor. Warte mal, ist das eigentlich... Ist das eigentlich richtig? Ich hab jetzt genau... Ich hab jetzt keine Ahnung, ob das richtig ist. Hm. Ähm. Ah, nee. Halt das... Oh, scheiße. Was zum Gehär ist das? Ich hab keine Ahnung. Also ich sag schon mal, ist das ein Plan? Nee, sag ich jetzt schon mal. Oder ein Stern. Ach, der sagt das doch. Ähm. Ah. Äh. Achse, ja, ja, jetzt ist es eindeutig. Ja, ja. Jupiter. Ich war mir grad nicht sicher, ob das richtig gemalt ist. Nini Laien. Saturn und so alles. Ah. Mal mal ein bisschen was. Ach, Mensch. Mal mal was, Nini Laien. Ach, schade. Ähm. Hm. Also es ist irgendwas Zweigeteiltes. Und das sind auf jeden Fall schon mal Zähne. Echt? Hm. Hätte sein können. Das ist... Das sind zwei Wörter. Hm. Mit E am Ende. Am Ende. Das... Warte, warte, warte. Nee. Zähne in Reihe. Zehn. Hm, schade. Ich komm nicht drauf. Unecht. Ja, ein Gebiss schon klar. Oh, Moment. Das Wort für Unechte. Ist nicht wahr. Oh, Moment. Ist nicht wahr. Das ist nicht das Wort. Das ist... Äh. Ich komm grad nicht drauf. Der ist... Oh mein Gott. Das ist... Wie schlecht. Ich komm... Ich komm grad nicht drauf. Ich komm grad nicht drauf. Wie heißt das scheiß Wort? Ach so. Falsche Szene. Das geht jetzt. Ich kam grad nicht. Zählt doch nicht. Hm. Mode is choosing evoked. Okay, jetzt... Darauf werden wir im Leben nicht kommen. Nein, doll. Oh Gott. Äh, das... War schon mal falsch. Äh, okay. Hier so... Dann ja... Der Bildschirm wurde braun und ich mal... Und ich schreck Sachsen hin. Wieder sehr politisch hier. Äh, okay. Steg hat sie schon geschrieben. Nee, hat sie nicht. So. Ähm. Dann, ähm. Oh. Ja gut, passt doch. Ja, passt schon, ne? Äh, äh, ähm. Warum wäre ich das den Pinsel nicht aus? Mit C als zweiter Buchstabe? Wie, was, wo, war, wenn's... Was, welches Wort hat denn ein C als zweites Buchstabe? Das muss ja irgendein A... Da muss ja ein A oder ein A, E, I, O, U am Anfang stehen. Da muss ja... Muss ja... Oculus Swift Das ist ein Vorgang Das ist ein großes Event manchmal Ich schneide es nicht Schiffstaufe Ja, ist sie Haas natürlich Ja, geht natürlich auch Das muss ich nehmen Ach nee, ich kann es nicht zeichnen Ich nehme das Das hatten wir schon im letzten Mal Das hatten wir schon im letzten Mal im letzten Part Wow, ihr habt das einen Vorteil Fertig Wow, schon wieder? Ja, schon wieder Hatten wir glaube ich im letzten Mal drei Mal Ich habe den Vorteil Hatten wir schon drei Mal Ich habe Fried Feuerstein dafür nicht genommen Ich konnte es nicht zeichnen Äh Äh Ähm 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 Okay So Das wird sein Das ist ein Borden Roboter Das ist ein Ein anderes Wort für Roboter Ein anderes Wort für Roboter Äh Ähm Anderes Wort für Roboter Das geht nicht Das passt nicht drin Aber Roboter Das ist fein Warum schon? Ich brauche das weiter Ein anderes Wort für Roboter Oh 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 Ah, ich weiß es Ich weiß es Ich weiß bloß nicht, wie es geschrien wird Dann versuch es Ich habe absolut keine Ahnung Jop Ist es Ja Ist nicht wirklich ein anderes Wort für Roboter Naja Also Sehr schwer zu erraten Na Das ist wirklich ein bisschen Ein bisschen weit gefasst Das ist eine Mini auch wie die einzige von das ist Die so richtig gut zeichnen kann Und wir auch das Also ich kann nur mit der Maus nicht gut zeichnen Okay Ich kann generell nicht zeichnen Ja, schon ist Ähm Ich versuch's zumindest Ich hab's auch versucht Aber, aber, aber Bei Cyborg ist alles raus Cyborg Hätte sein können Ähm Ich hab's ja schon richtig geschri- ich hab's ja schon geschrieben Du hast falsch geschrieben, du hast falsch geschrieben, ey Warte, ich hab's ja schon gehabt, du hast falsch geschrieben Ja, ich dachte, das ist die Wertzahl Hippie Ich hab Hippie mit Y geschrieben Oh Das geht schnell Oh Das ist gut Das geht schnell, wenn ich das richtig auswählen würde Warum reagiert es hier so schlecht teilweise Ähm Na gut Ähm Ganz schwierig Fertig Warum 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 wusste ich's Das kann ja nur ich wissen Warum komm ich als erster da drauf Oh, jetzt bin ich dran Hm Ich kann's aber nicht zeichnen Ah, ich würde das so gerne nehmen Ich weiß nicht, wie ich's zeichnen will Ich würde schnell machen, sonst wählt der automatisch aus Ah, wie soll ich das jetzt zeichnen Ähm Es hat automatisch gewählt, oder? Ne, hab ich mir selbst ausgesucht Ah, ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll Ähm Ich bin gespannt, wann wir die Custom-Wörter mal haben Hatten wir schon einige Wahrscheinlich Also ich hab Also ich hatte schon Ich hatte schon Fred Feuerstein abgewählt Habe ich lieber nicht genommen Ähm Das ist jetzt Ähm Ich versuch das Sehr großer Stuhl Das ist kein Stuhl Das ist ein Ja, ich kann schlecht zeichnen Das ist ein Computer Äh, was? Ich kann nicht zeichnen Das ist jetzt Das soll ein Stuhl sein Wie ist ein Mensch? Ja, ich kann nicht Das ist ein sehr schwerer Begriff Ähm Und der Ähm Ähm Äh, N-O? Ja Und dann kommt hier noch sowas dazu Was soll das da hinten jetzt darstellen? Ich weiß nicht mal, was hinten sein soll Das ist das ist Das ist das ist Oh mein Gott Notch, der Erfinder von Minecraft Notch, was ist das für ein Wort? Wie soll man das zeichnen? Wie soll man das zeichnen? Warum nimmst du das auch? Keine Ahnung Denkt dran, Leute Es sind drei Wörter Ja Ja Jau Wie? Du hast Nee, nein Ah, da fehlt Nee, nee Nee, nee Jetzt weißt das auch, Mordi Mordi Wir haben es dir schon gesagt Mordi Äh, ja Leute, die Sonne sieht aus wie Da ist ein E dann vielleicht weg noch Davon Er ist am Stil Der E-L Der E-L Mordi Oh Mann, Mordi Zum Schreiben Ich hab's wieder weg, okay Wie kann man das so verkacken? Stress Äh, ähm Das ist Ja, das wird bestimmt reinpassen Ähm Was zum Henker Nee, es passt aber nicht ran Alles klar Ja Okay Ich komm nicht drauf Scheißt, ich komm nicht drauf Ich wollt grad was anderes schreiben Aber Das hätte nicht reingepasst Deshalb hab ich's gekürzt Ohne Scheiße Ich komm wirklich nicht drauf Nicht? Ja, was ist denn Was ist denn das? Hast du in der Kindheit schon gehabt? Hast du in der Kindheit ganz gerne gemacht? Blase Ich wollte Seifen Ich wollte Seifenblasen eingeben Aber das Ich wusste nicht, was 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 Bis zum nächsten Mal.